Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Cabo Scalanta. Und willkommen zu Chips und Kaviar. Euer Podcast vor dem Frühling. Es ist bald soweit. Das sind die letzten Tage. Euer Wetter-Podcast. Danach höre ich damit auf. Keine Wetter-Kommentare, nichts mehr. Aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade in einer magischen Zeit, weil es nur noch wenige Wochen sind. Wir warten drauf. Es ist jetzt nochmal die letzte Kälte-Front. Was ich jetzt schon mal richtig angenehm finde, ist, dass die Tage länger werden. Ich bin ein richtiger Feind von kurzen Tagen. Ich hasse das. Ich glaube, du bist der einzige Mensch. Wenn man dann irgendwie so, keine Ahnung, um 16, 17 Uhr los möchte zum Sport, kostet das einen so richtig Überwindung, weil der Körper einem eigentlich sagt, hey, ist es jetzt schon langsam Zeit, schlafen zu gehen. Was fällt dir ein, jetzt nochmal einen aktiven Tag vor dir zu haben? Ja, die Wölfe sind draußen. Ich habe noch sieben Stunden Zeit. Ja, du musst eigentlich zurück in die Höhle, Lagerfeuer, das ist gefährlich. Du sollst es nicht machen. Das Melatonin wird ausgeschüttet und sonst was. Und die Bildschirme hochgefahren. Aber ich habe wieder, ich habe gerade eine ganz gute Gewohnheit am Laufen. Gutes Stichwort, das ich mir selber gebe, weil ich war heute Morgen laufen und habe ein bisschen draußen was gemacht. Und obwohl das Wetter scheiße ist, wenn man sich einmal überwindet, es geht voll und es ist extrem, Insider-Tipp, extrem erfrischend. Gerade bei der Kälte einfach draußen was zu machen. Und es muss auch gar nicht schön sein, ja, ich bin hier in irgendeinem ekligen Industriegebiet und trotzdem ist es schon, ja, also irgendwie macht es den Winter wirklich erträglicher, wenn man das macht. Weil ich habe in den letzten Wintern war ich einfach zu Hause und habe oft so komplett Sonne verpasst. Einfach so um zwölf aufstehen und dann abends nur auftreten gehen. Und das ist echt eine andere Erfahrung. Also du bist dann... Dein kleiner Geheimtipp ist gerade, um die Stimmung zu heben, also in die Sonne zu gehen. Sonnenlicht und draußen. Call me... Wie heißt der Typ? Ich glaube, da bist du auch der einzige Mensch, der gerade drauf gekommen ist. Ich glaube, ich bin der Erste. Der Erste und Einzige. Ich und Huberman. Nee, aber das Witzige ist, es gibt diesen Huberman-Podcast und dieser Stanford-Professor, aber ich... Dieser durchtrainierte Stanford-Professor. Es ist so komisch für mich, genau, weil er eben so durchtrainiert ist. Und bei Menschen, die durchtrainiert sind und Menschen, die so in... Und die Menschen, die sechseln, hat man ein bestimmtes Bild vor Augen. Und dann egal, was sie sagen, wirkt es wirklich schon weniger schlau. Ja. Also ich habe das Gegenteil von der Brille. Von so einem großen Bizeps. Ja, ich habe weniger Vertrauen. Genau, ich habe weniger Vertrauen in deine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also wenn du einfach so 200 Kilo Bank drücken kannst. Also, weißt du? Und dann währenddessen auch noch sechselst. Ja, oder auch noch so gut aussiehst. So, hey, entweder du bist ein guter Wissenschaftler oder attraktiv. Aber das ist gerade beides und das ist extrem unglaubwürdig für mich. Also irgendwas finde ich komisch an ihm. Ja, ich glaube auch, mich nervt auch, also, ich sage mal so, ja, es gibt einen ganzen Hype und einen ganzen, das ist ja Content geworden und eine ganze Industrie um dieses ganze Selbstoptimierung und hier und das kann man noch machen und dieses kann man noch machen. Und es gibt so ein paar Sachen, das sind einfach so, das stimmt, ja, Sport wird dir gut tun und wie wäre es, wenn nicht das meiste, was du isst, frittiert ist, Obst und Gemüse, echt cool, vielleicht mal Fisch essen, so Sachen und regelmäßig schlafen, aber dann gibt es so Huberman, wo es dann irgendwann so, wo es einfach nur noch darum geht, ja, es gab dieses eine Paper von der Uni Toronto, so, er muss dann so irgendwas sich aus dem Arsch ziehen, das herausgefunden hat, dass Menschen, die so jeden Tag zehn Minuten lang so den Unterarm dehnen, eine 20 Prozent bessere Schlafqualität haben. Ja, ich scheiße auf dein Paper, das wird sich wahrscheinlich als falsch herausstellen, das ist so irgendeine Kacke. Ich glaube, es gibt so Supplements, die gut erforscht sind und dann irgendwie 80 Prozent des guten Ergebnisses ausmachen, also des Wohlbefindens, dass es die steigert oder die Produktivität oder Recovery oder sonst was und dann gibt es sozusagen diese letzten 20 Prozent, die man wirklich nur braucht, wenn man so ein Formel 1 Auto ist. Wenn du ein Rennwagen bist, dann brauchst du das, aber ansonsten läufst du schon ganz gut mit eben weniger frittiertem Essen und Vitamin C oder was auch, aber du brauchst dich noch. Das ist ja die berühmte 80-20-Regel. Ja, all von Linolsäure und dann sagt er, keine Ahnung, ja, ab und zu gebe ich mir das so um 19 Uhr, dann habe ich noch meine zweite Work Session oder so. Ja, für wen ist das? Das ist doch nicht das reale Leben. Also, für wen ist das gerade? Ja, das ist auch so interessant, weil ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Zeit angekommen, wo eigentlich alles Sinn macht, aber keines, also wo alles Sinn macht, aber nichts hat wirklich einen Sinn irgendwie. Und jetzt mittlerweile ist so jemand wie Kubaman, der Dinge so auf biologischer, so Zellebene erklärt, er ist so mittlerweile der Typ geworden für, wenn Menschen den Sinn im Leben nicht mehr sehen, so dann gehen die so auf so eine molekulare Ebene, Weißt du, was ich meine? Also quasi so, anstatt sich zu fragen, ja, keine Ahnung, vielleicht lebe ich nicht nach dem, wie Menschen gedacht sind zu leben oder was auch immer, sondern es ist so, ja, vielleicht fehlt mir dann so ein kleiner Stoff. 19 Uhr meine Omega 3 nehmen. Ich glaube, darum geht es. Ja, ich wollte gerade so etwas Ähnliches sagen, dass diese ganze Selbstoptimierung und so ein Huberman ist ja so ein moderner Prophet und das ist einfach alles irgendwie so eine, gefühlt so eine Ersatzreligion für so, wie kann ich meine Lehre füllen? Ja, mit irgendwie drei Stretch-Einheiten um 14 Uhr und also einfach so, ich vermess mich einfach so lange, bis es irgendwie hier Sinn macht, was ich hier gerade mache. das Krasse ist an diesen ganzen Stretch-Videos und all dem, also es gibt ja da wirklich so Physiotherapeuten, die einem die Hunde einrenken. Genau, nee, nicht nur das, sondern auch Menschen einrenken und dann erklären sie dir, erklären sie dir, wenn du da diesen Schmerz fühlst, dann kannst du diese und diese Übung machen und dann wird es dir nach zwei bis vier Wochen besser gehen. Aber ich denke mir das und ich speichere dann so ein Video, aber ich mache das nie. Das ist so krass. Also, ich habe wirklich so viele Videos gesehen zum Stretching, zum irgendeiner Rückenübung oder irgendwie sowas in der Art. Nie gemacht. Also, diese Überwindung aus dem, was man sieht, dann wirklich, also Taten folgen zu lassen, ist unglaublich. Also, das, ja. Ja, ich glaube auch darauf ist es ein bisschen ausgelegt. Also, es ist ein bisschen, glaube ich, wenn man wirklich wollen würde, dass die Leute einfach gesund sind, denn, also das System funktioniert so gar nicht. Also, im Vordergrund steht wirklich, dass, dass dieser Content gemacht wird. Es ist, glaube ich, so egal, dass sie, ob die Leute das umsetzen. Es geht einfach nur darum, im Endeffekt, also der Sinn von einem Reel ist es, dass du dir weitere Reels anschaust und nicht, dass du das Reel beendest und danach so deine Liegestütze machst. Für mich macht es gar keinen Sinn, ob da so ein Physiotherapeut für Menschen, so Übungen für Menschen erklärt oder ob ich einfach einen Physiotherapeuten sehe, der gerade Hunde einrenkt. Das macht für mich keinen Unterschied. Mhm, mhm, weil bei beiden habe ich es einfach gesehen und klick es dann weiter, so im Endeffekt, ja. Ja, was ich letztens gesehen habe, war, das fand ich interessant, das war so ein Bild, so vom, ähm, stand dann so drüber, der fetteste Mann der Welt, 1890. Mhm. Und das war so, kennst du diese Bilder, die nicht mehr schwarz-weiß sind, sondern braun, diese richtig alten Fotografien? Mhm. Weißt du, Sepia. Sepia? Wie heißt es? Ja. Sepia? Sepia, ja. Was ist, was heißt das? Das ist der Modus. Echt? Ja, dieses braune? Ja. Ja, genau, das war dann so ein Sepia-Bild. Das war der fetteste Mann der Welt, 1890, und er sah so aus, wie wenn du einen richtig fetten Menschen jetzt so triffst. Also es ist schon auch heutzutage so besonders, aber jetzt nicht, also du siehst so jemanden ab und zu mal. Mhm. Und ich fand es irgendwie interessant, dass er so, er war halt eine Attraktion. Also Leute haben so wirklich so Geld bezahlt, um ihn zu sehen. Und das hat aus ihm irgendwie einen anderen Menschen gemacht. Also er hatte wirklich kein, ja, es war wirklich so, also im Prinzip war damals die Welt bei dem Typen weit, so weit wie, wie es jetzt die Bewegung gibt. Also so kein Fatshaming mehr, weil er hatte so gar keinen Charme, sondern er war so, er hatte wirklich so einen Anmut, so einen Stolz auf dem Bild. Er war so wirklich so, weißt du, und das finde ich irgendwie krass, dass man damals schon mal theoretisch für eine Person viel weiter war. Einfach dadurch, dass es seltener war, war das einfach nur so, ey krass, krasse Leistung. Also wie, woher hast du das ganze Essen? Naja, haben die das als Leistung gesehen? Ja, also anscheinend. Einfach nur als außergewöhnlich, oder? Aber nicht alles, was außergewöhnlich ist, ist eine Leistung, oder? Ja, das ist jetzt so meine, meine Interpretation dessen. Aber so wie er aussah, also er wirkte schon sehr, also er sah sehr stolz aus. Er hatte so wirklich, er sah da sehr, also er sah da sehr aufrecht. Also es war wirklich so, wirklich wie so ein, ja so ein Balletttänzer, oder wie so ein, wie so ein, ja, also einfach wie so ein, wie ein Star. Mhm. Ja, im Endeffekt, ich finde es interessant, dass, es gibt ja Vorbilder für Fette, also es gibt ja fette Stars, ja? Also es gibt nicht nur so, ja ein paar Schauspieler, die dann später noch zugenommen haben, oder irgendwie Fußballspieler, also Ronaldo oder irgendwie sowas, sondern es gibt ja wirklich auch, also Athleten quasi, die übergewichtig sind, und zwar Sumoringer. Aber keiner redet über Sumoringer. Also keiner ist so, ja, ich bin irgendwie fett oder so, aber, und hat dann irgendwie Sumoringer so, so als Poster in seinem Zimmer, weißt du was ich meine? Und das ist mein Ziel. Es ist irgendwie komisch, dass es von niemandem das Ziel ist, weil die sind ja unheimlich stark. Ja, das sind krasse Athleten. Ja, also, ja. Also Menschen denken so, ja, so gerippt sein macht einen stark. Nein, die könnten einfach so einen McFit Dude so in zwei reißen. Easy. Easy. Wenn die auch noch das Gefühl haben, dass dieser McFit Bro sie satt macht, dann noch einfacher. Ich habe mal irgendwo so was gesehen, wie viel Reis die essen jeden Tag. Das ist wirklich, man kennt es ja so von krassen Bodybuildern, also, dass dieses Essen, der Essenspart eigentlich das anstrengendste ist und die, also die müssen ja wirklich so einfach kiloweise Essen in diesen Körper reintun, damit sie sich das so aufbauen, also das ist wirklich, aber es ist schon interessant, dass es nur da eine Sportart ist, oder? Es gibt ja jetzt nicht so die deutsche Version eines Sumoringers. Ja, bestimmt, aber dann so krasse Nische, so genauso wie irgendwann so Footballspielen in Deutschland in wurde und jetzt mittlerweile gibt es dazu so Berichterstattung oder so, aber es hat es nie so rüber geschafft, wie zum Beispiel Judo wurde ja voll groß aus Japan oder Karate oder so, aber irgendwie Sumoring, ich glaube, es hängt mit der Kindheit, mit den Kindern zusammen. Es gibt auf jeden Fall keinen Transfermarkt oder so. Ja, nee, und außerdem, außerdem, wie willst du denn ein Kind dann dazu bringen? Es kostet zu viel. Ja, du brauchst einen Kran und alles. Genau. Aber, nee, aber du musst ja irgendwie dein Kind, also es geht ja darum, dass in einem anderen Land Kinder mit dem Sport anfangen und dann musst du so dein Kind fett machen. Also das kannst du ja gar nicht so erklären. Ja. Ich glaube, das ist dann einfach so ein Sport. Du bekommst dann so ein Brief von der Schule, so ihr Kind ist schon ziemlich fett, also das ist schon so langsam ungesund. Nee, nee, was du nicht verstehst, das ist, er ist sportlich. Er ist sportlich, er arbeitet dann etwas. Du hast ihn noch nie mit anderen fetten Kindern ringen sehen, deswegen sagst du das. Aber okay. Boah, ich habe wirklich an meinem Gewicht gearbeitet, ich war Samstag extrem verkatert, ich habe mich Freitag so übelst abgeschossen, einfach ewig glaube ich nicht mehr so, also ich glaube so irgendwann vor der Pandemie, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich war so bis sechs Uhr morgens einfach irgendwo am Trinken, egal, auf jeden Fall war ich Samstag vollkommen fettig und habe mir bei hier, Friends of the Show Bali Döner, wir waren da früher, was heißt früher, vor ein paar Monaten noch, wir hatten eine Phase, wo wir da so auf einmal so Wir waren Stammgäste, ey, wir waren so eine Zeit lang, das waren so drei Monate, aber wir waren da glaube ich so jede Woche, also irgendwie nach jeder Podcastaufnahme gefühlt. Naja, auf jeden Fall war ich da, habe mir einen, das klingt halt so kindisch, wenn man sich das da holt, ich habe mir einen Megadöner geholt. Das ist dann so, die haben einen Döner und die haben den anderen Döner nicht irgendwie großen Döner genannt, sondern einfach Megadöner und dann bist du so ein erwachsener Mann, der einem anderen erwachsenen Mann so sagen muss, so ich nehme Megadöner, ich hätte gerne einen Megadöner, bitte. Und haben mir den geholt, geh da raus und ich hatte mein Auto da irgendwo im Halteverbot geparkt, wo es absolut so unproblematisch ist. Ja, ich dachte mir so, ja, zehn Minuten, rein, raus, überhaupt kein Thema, ich komme zurück, das Ordnungsamt ist da, habe ich noch nie an der Stelle gesehen. Die sind gerade da und es ist immer so ein stranger Moment, die so mitten dabei zu sehen, wie sie so dein Auto aufschreiben. Und ich gehe dann so hin und bin einfach so unterwürfig, bin so, ey. Also quasi die Nacht, oder wann war das jetzt? Nee, es war tagsüber. Und bin so voll so, ey, man ist halt so irgendwie so im Modus von so nett, unterwürfig, aber auch schon so, ey, komm schon, komm schon, ich bin da. So, komm, so. Und das waren so zwei Typen und ich habe deren Hierarchie irgendwie nicht verstanden, weil der eine meinte, da musst du ihn fragen und der andere meinte dann so, hat den anderen, also ich glaube, der eine war irgendwie sein Chef und er hat ihn irgendwie eingearbeitet, ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall habe ich das so erklärt, aber das ist ja so auch schon extrem unprofessionell, sowas zu sagen, aber musst du ihn fragen, also vor ihm auch noch, also die ganze Verantwortung auf ihn zu schieben, ist ja auch. Ja, genau, aber dann ihm, also er hat ihm gesagt, frag ihn, aber ihm dann auch gesagt, so, ihm dann so zugenickt, ist okay, so quasi, ich bin halt wirklich so davon gekommen, ich habe gesagt, hey, ich habe hier nur den Döner geholt, so, ich habe auch nicht gesagt, es ist ein Megadöner, du hast da auch noch Megadöner gesagt, um dich weiter zu planen. Ich habe das mega weggelassen, jetzt komme ich hier raus. Ich habe doch mir nur kurz einen Megadöner geholt, ich habe mir nur einfach diesen Megadöner hier geholt und das war dann im Endeffekt voll cool so, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, so kaum eine Behörde ist irgendwie so verhasst wie das Ordnungsamt und die meinten dann so, ja, okay, passt schon, hol dir nochmal einfach ein Parkticket, so, irgendwie, um es hier irgendwie offiziell zu machen, hol dir nochmal ein Parkticket, dann scannt er das oder nimmt das dann raus oder irgendwie so etwas und habe ich dann im Endeffekt gemacht und dann, das war so der sympathischste Moment mit denen, da habe ich mir gedacht, weil wir hatten mal dieses Gespräch hier auch auf dem Podcast mit der Maskenpflicht im Zug und dann war ich ein bisschen so, ey, wenn es einfach die Regel ist und Mario Barth, das war glaube ich Mario Barth, wo sich, äh, worum es ging, er hält sich einfach nicht dran, so, ja, das ist dann einfach eine Regel und du meintest ja so, ja, aber es macht in dem Moment ja gar keinen Sinn, der Typ war alleine in dem Abteil und dann dachte ich mir auch so, also er hatte wirklich seine eigene Kabine und die war zu und keiner hatte Zugang zu und genau, er ist das alleine. Ja, und dann dachte ich mir in dem Moment, ey, so, quasi, ich sag mal, ich glaube, das Ziel vom Ordnungsamt, von deren Arbeit da, ist es, dass Leute da nicht einfach so parken oder dass es da Gebühren gibt, ich weiß jetzt nicht, ich kann es gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, ich war genau in dem Moment da und dadurch, dass sie sich nicht so strikt an die Regeln halten wie so Roboter, sondern es hatte so was normal Menschliches, dass sie dann einfach gesagt hat, ja, okay, komm, passt, hol dir einfach so ein Ticket, so, dann habe ich ein Euro, zwei Euro ausgegeben, anstatt, dass ich hier so 20 Euro umsonst so einen Strafzettel kriege und das hat im Endeffekt, dadurch, dass sie sich nicht so sehr an ihre eigenen Regeln gehalten haben, habe ich jetzt mehr Vertrauen in die, also das schafft irgendwie Vertrauen, weil man das Gefühl hat, ja, ey, das ist hier, das sind so Repräsentanten der Stadt, aber das sind, also, das sind keine Roboter, also das sind Menschen und ich fühle mich, ich fühle mich gehört und verstanden, das ist nicht einfach irgendwie so eine Gewalt, die über einen so rüberrollt und das ist so egal, wer du bist und was gerade ist, sondern, ja, wir haben hier gerade einen Austausch, also das schafft hier gerade ein bisschen gegenseitiges Vertrauen, dass man nicht einfach so, einfach so genervt wird von irgendwelchen Leuten, die einfach nur ihren Job machen müssen und dann irgendwelche dummen Regeln umsetzen, egal, was gerade vor Ort passiert, also, irgendwie ist es doch voll wichtig, dass sich die Leute, die die Regeln umsetzen, irgendwie nicht, also, immer noch so flexibel sind, weil ich glaube, das schafft in voll vielen Ländern, es gibt auch Länder, wo so Polizisten, das habe ich mal über Polen gehört, Prämien kriegen, wenn sie Leute erwischen, das ist halt ein anderes Managementverfahren, wie Kontrolleure, ohne Scheiß. Genau, wie Kontrolleure und das sind dann einfach so, ja, sozusagen Managementprinzipien, die in Behörden reinkommen, wo man sich denkt, ja, okay, wie steigern wir die Effizienz, ja, wie kurbeln die Eigenmotivation der Leute an, wir geben denen einfach Prämien, aber wozu das im Endeffekt führt, ist so, dass es voll das Vertrauen zu den Bürgern kaputt macht, weil du dann einfach so Jäger hast, die so wirklich, die zu motiviert sind, unbedingt irgendwo eine Straftat zu finden oder irgendwas falsch läuft, also. Naja, und es wird dann auch automatisch persönlich, weil ansonsten denkt man sich so, hier waltet gerade der Staat, also im Endeffekt, also die Regeln sind ja vom Staat und die führen das einfach nur aus, aber wenn man weiß oder das Gefühl hat, die Leute bekommen eine Prämie, dann ist man so, ja, du Geier hier, ja, jetzt schadest du mir für deine scheiß Prämie, du Arschloch, such den anderen Job, du Arschloch. Ja, voll, voll. Im Endeffekt sind, also quasi, Kontrolleure haben so ein scheiß Image eben aufgrund dessen, es liegt gar nicht an den Regeln der BVG, sondern einfach nur, weil man da das Gefühl hat, ja, jetzt profitierst du auch noch von meinem Leid, du Missgeburt, aber man selber hat sich nur nicht an die Regeln gehalten, aber man hasst es trotzdem, dass sie gerade davon profitieren. Ja, voll, voll, natürlich, stimmt, das macht voll den Unterschied, dieses, ja, wie viel Prozent kriegst du? Ich habe mich auch manchmal immer gefragt, so, wie viel Prozent kriegen die von diesen 60 Euro? Was fließt in deine Tasche? Was fließt in deine Tasche? Ich kann mir gut vorstellen, so ein Zehner oder so. Irgendwie so grob? Ja, habe ich mir auch sofort gedacht. Ja, weil ab irgendwann wird es ja auch, also, weil du musst dich ja theoretisch bereit sein, auch mal so zu prügeln. wenn es nicht mal zweistellig ist, also, wenn es nicht mal zweistellig ist, dann ist es so, ja, komm, jetzt für fünf Euro tue ich mir so diesen Stress nicht an. Ja, ich laufe dem Typ noch nicht hinterher für einen Fünfer. Also, okay, das ist gar kein Übergang, völlig andere Sache, völlig andere Thematik, aber ich habe eine außergewöhnliche Sache gemacht, zumindest für mich, für mein Leben, und zwar, ich war, ich habe eine Galerie besucht, okay, und das war eine Benefizgalerie. Das ist noch außergewöhnlicher für dich. Genau, also, alle Einnahmen wurden gespendet, also, man konnte ganz normal einfach spenden oder man konnte eben ein, ein Kunstwerk konnte man halt erwerben, okay, aber danach stand nur der Preis und dann dachte ich mir, weil da gab es einfach so, ja, quasi gemalte Bilder und einfach Fotos und so und all das und das ist voll witzig, weil es gibt einfach so eine grobe, dämliche Kunstkritik von Menschen, die sich nicht mit Kunst wirklich auskennen, sondern die sich das einfach anschauen, weil voll oft ist bei mir das Ding erst recht bei Fotos, ja, wo ich mir denke, hä, das hätte ich auch schießen können. Also irgendwo, ich weiß gar nicht. Wie bei Comedy, wo Leute denken, ja, er redet nur. Ja, genau. Er redet nur. Ich weiß gar nicht, wie, wie gut etwas sein muss, dass man, dass der normale Mensch, dieses Gefühl nicht hat, im Endeffekt, weil bei körperlicher Anstrengung, ja, also bei so zum Beispiel Breakdancen oder Flickflacks oder sonst was in der Art, könnte jeder von sich selber behaupten, also das kann ich nicht, also das erfordert ein bestimmtes Training oder all das, ja, aber bei Kunst, komischerweise, denken alle so, ja, das könnte ich easy auch, also das würde mir einfach zufällig gelingen. Ja, ich könnte auch zufällig, zufällig genau da so offen so abdrücken. Genau, aber nichts gegen die, also quasi nichts gegen die Künstler, weil das waren schon so ganz, das waren einfach coole Sachen, aber trotzdem sind da ab und zu so Dinge bei, wo man sich denkt, hey, also keine Ahnung, als ich neulich in Italien im Urlaub war, ein paar von meinen Bildern sind auch nicht schlecht, vielleicht mache ich auch eine Galerie auf. Das Dümmste übrigens, das Allerdümmste in der Richtung, was ich mal von jemandem gehört habe, da hatte jemand dieses Gefühl sogar bei Sport, weil, das war irgendwie so ein Kumpel damals, so, in der Schulzeit und dann war das, also, meine Freunde Lutzek und Janek spielen halt krass gut Tennis und der hat das dann so richtig runtergeredet und meinte so, ja, Tennis so, also, man muss einfach diesen Ball treffen, das ist ja irgendwie auch Zufall, das könnte ich schon auch, das war so richtig, das war so richtig hängen geblieben dann, also bei Sport. Das ist wirklich hängen geblieben. Also so, ja gut, du rennst da hin, du hältst den Schläger hin, so, also, ja gut, dann kann man das auch irgendwann überall sagen, also bei Roberto Carlos bei so einem krassen Freistoß, so, ja okay, also er hat einfach nur mit voller Kraft gegengeschossen, gegengetreten gegen den Ball, ja, dann war es einfach recht zufrieden. Also dann fliegt er halt so, der fliegt dann zufällig in den Winkel. Ähm, okay. Ja, okay. Ja, aber komischerweise, also etwas, das gar nicht so sehr im Wettbewerb zueinander oder zu Dingen stehen sollte, also Kunst an sich, ist ja total absurd eigentlich, dass es sowas wie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Preisverleihungen gibt, also sowas wie Oscars oder so, weil man kann nicht sagen, der eine Film ist besser als der andere, sowas gibt es eigentlich nicht, also man könnte das messen. Nee, aber nicht wirklich, also was sollen denn die Kriterien dann sein? ja, das ist so. Ja, da kannst du schon, also Training Day ist wirklich ein besserer Film als Mission Impossible 4, würde ich sagen. Aber wofür gehst du aus? Quasi von deinem, äh, ja, wie soll ich sagen, also Empfinden, wie du unterhalten wurdest oder so, aber die meisten Leute sind Assis und die mögen mehr, äh, so leichte Kost im Endeffekt, also, so wie Mission Impossible. Leider, aber verstehst du, was ich meine? Also, ich verstehe schon, was du meinst, aber, ja, ich glaube so, wenn es extrem wird, wie so irgendein Superheldenfilm, also, ja, vielleicht kann man da auch schon sagen, das ist einfach keine Kunst mehr, sondern einfach nur so Entertainment. Spielberg, als er Schinders Liste gemacht hat, hat sich nicht gedacht, so, ich mache jetzt hier den besten Film. Doch, ich glaube schon. Stell dir vor, er war so, das ist so ein nices Light, ich glaube, hier kann man richtig viel reißen. Nee, aber keiner denkt sich, also quasi, ich meister jeden Schritt für, also, den es gibt beim Filmemachen, so, und dann am besten, also, danach am Ende kommt ein gutes Produkt bei raus, aber keiner denkt sich so, ja, hier mit Schinders Liste, ficke ich, die Feministik in den Arsch, oder was auch immer, also, was ist, Schinders Liste droppt, Schinders Liste droppt, genau, also, der so denkt, würde es nicht mal schaffen, etwas so zu machen, was mit so vielen Leuten connected, und all das, und so was. Ja, also, ich verstehe den Gedanken, also, man kann es, ja, man kann, man kann, ich würde sagen, man kann es so, wenn es ganz deutlich wird, eben so, irgendwie, wie heißen diese ganzen Filme, Marvel, irgendeinen Scheiß, mit Schinders Liste oder Training Day, oder was auch immer, aber, ähm, also, das würde ich schon sagen, aber wahrscheinlich, dann untereinander, dann wird es irgendwann, es ist halt wirklich subjektiv, so. Ja, naja, und außerdem, es sind auch so viele verschiedene Genres, also, die, äh, ja, die kann man dann auch miteinander nicht vergleichen, also, eben das, also, sagen wir, Mission Impossible 4 war jetzt irgendwie besser als 3, oder so, es ist irgendwie das gleiche Genre, es ist die gleiche Filmreihe, oder sowas in der Art, aber, also, wirklich, jetzt dann ab irgendwann schwer zu sagen, ja, Scream konkurriert mit Titanic, oder irgendwie so, also, okay. Mit Mrs. Dauberfire. Ja, genau, aber komischerweise, den Punkt, den ich machen möchte, ist, automatisch, wenn man etwas sieht, also, ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, denke ich mir auch voll oft so, also, plötzlich, also, plötzlich konkurriere ich damit so, dass ich mir denke, hä, das hätte ich auch machen können, weißt du, was ich meine? Ah, okay. Also, gerade irgendwie so bei diesen Bildern oder so, ja, okay, also, du bist ja auch so ein bisschen Hobbyfotograf, oder? Du hast dir diese analoge Kamera geholt, im Endeffekt geschossen, weil, ähm, ich war in so einem, ähm, ich war in so einem Laden, wo es einfach altes Zeug gibt, und so, die hatten dann sogar, die hatten sogar, äh, eine alte Zeitschrift, äh, der, der Stürmer hatten die. Ah, war das nicht diese Nazi-Zeitschrift? Ja, das war die Nazi-Zeitschrift, voll krass, also, voll crazy. Das ist ein wirklich alter Laden, in dem du warst. Ja, ja, das ist ein quasi kein alter Laden, aber es hat wirklich richtig alte Sachen und so. Und, äh, der hatte auch so zum Teil, Kameras, weil, äh, ab und zu werden Wohnungen aufgelöst, und dann wird auch sowas verscherbelt und so, und, äh, der hat mir dann eine Kamera gezeigt, und ich kannte mich zu dem Zeitpunkt schon aus, und ich wusste, also, die kostet im Internet mindestens vier bis fünfhundert Euro, und mittlerweile wahrscheinlich sogar mehr, sechs bis siehundert, oder was auch immer, und der hat die mir einfach easy für achtzig Euro verkauft, und er wusste quasi schon so halb um den Wert, so, also, er wusste, dass das irgendwie schon, also mehr auch als 300, 400 Euro kostet, aber, der wollte dieses ganze Spiel nicht mitspielen, und meinte so, ja, hier, äh, hast du's so, so, und seitdem hab ich so eine coole, analoge Kamera, äh, macht das auch so. Wirklich sozusagen, auf das Geld nicht verzichtet, und war, voll geil, voll geil, ja. Wie meinte er so, hey, das soll einfach nicht so viel kosten. Ja, aber das ist eben diese Sache, so jemand, der so einen Laden führt, macht es nicht aufgrund des Profits, unbedingt, also, sondern der macht es aufgrund der, also wirklich so ein Liebhaberladen. Ja, der hat da alte Bücher, diese alten Zeitschriften, und also, der kennt sich auch aus mit seinem Chaos, also, der weiß, was er da drin hat, er weiß, dass er da diese drei Stürmer unten zu liegen hat im Keller, und so weiß ich weiter, also. Aber das wüsste ich auch, wenn ich die Zeitschrift irgendwo habe, ich wüsste zu jedem Zeitpunkt, yo, ich habe hier, also, ich habe hier Nazi-Literatur im Haus, das weiß ich. Und, ja, genau, also, ich mache das auch ein bisschen so, ich beschäftige mich damit nicht ausgiebig, okay, also, das ist einfach so ein kleines Hobby von mir, und, aber mittendrin habe ich mir gedacht, hey, das ist irgendwie voll die komische Situation, weil es ist so eine Benefizgalerie, und du kannst Dinge kaufen, aber da steht nicht der Preis. Und da dachte ich mir, ha, das ist aber voll die, ungünstige Situation, die, in die man gebracht wird, weil, sagen wir, mir gefällt etwas, okay, dann, dann schreibe ich mir den, den Titel dieser Sache auf, und sage den, hey, ich würde das gerne kaufen. Und dann sagt die, ja, okay, cool, das macht 300 Euro. Okay, und dann ist man in dieser misslichen Situation und sagt, ja, okay, aber ich wollte nicht so viel spenden. Also quasi, was man dann damit sagt. Das verstehst du, was ich meine? Also, ich meine, das ist ja schon cool, wenn man sagen wird, 20, 30, 50 Euro spendet oder so, aber man weiß nicht, wie teuer eine Sache ist und dann fragt man gar nicht erst danach, weil man Angst hat, das ist vielleicht zu teuer und dann steht man so dumm da und zeigt, man ist gar nicht bereit, so viel zu spenden. Ja, vor allem, du beleidigst irgendwo den Künstler und die Opfer. Genau, ja, genau, eben. Also, obwohl ich Menschen damit helfen würde, will ich für diese Sache nicht so viel Geld ausgeben. Das ist ja sogar doppelt schlimm. Ja, und am Ende habe ich dann einfach nur Geld in diese Box geworfen, weil ich keinen Bock hatte, also eben, den Künstler zu beleidigen oder so eine komische Situation zu haben, so, ja, okay, also ich wollte nicht so viel spenden. Also ich wollte schon helfen, aber ich wollte nicht ein ganzes Haus bauen. Also keine Ahnung. Aber ja. Ich würde mich um eine Tür kümmern. Kann ich fragen, worum war es, worum ging es, was war das für ein Spender? Also das Erdbeben und alles, was verbunden ist. War das dann auch so türkische, kurdische Kunst oder war das so egal? Syrische. Ach, syrische. Aber ich meine, das waren syrische Künstler, aber es war jetzt nicht syrische Kunst. Also quasi, es war jetzt nicht so. Es waren schon noch so europäische Kameras, mit denen das geschossen wurde. Nein, aber verstehst du, jetzt nicht, also da hatte ich jetzt nichts geschrieben, so, oh, das ist jetzt so 100% syrisch, oder was auch immer. Also so wie wenn Kinan Z spielt, dann ist man auch so, ja, er ist Syrer, aber das ist jetzt nicht unbedingt so. Syrisch. Syrisch. Genau. Übrigens, das, ähm, Dings da, Shoutout an Kinan. Ich war, ich habe ihn besucht, quasi, ihn und, also, ich muss ausholen. Kinan hat geopent, für einen sehr berühmten, äh, arabischen Comedian, ägyptischen Comedian, Bassem Youssef, äh, von dem ich ein Fan war, bevor ich mit Comedy angefangen habe, das war so 2012, 13, da hatte er quasi, ja, irgendwie, das war, glaube ich, sein, so eine Art Karrierehöhepunkt, er hatte eine krass, äh, berühmte Show, in Ägypten, ähm, die voll an der Daily Show angelehnt war, und ich war ein riesen Daily Show Fan, und bin über die Daily Show auf ihn aufmerksam geworden, weil dieser, äh, Bassem Youssef, in Ägypten quasi eine Daily Show hochgezogen hat. Und es war im Kontext von arabischer Frühling, und es gab da einfach so ein Zeitfenster, wo man halt, das war so voll revolutionär in der arabischen Welt, dass sich so Leute über Politiker lustig machen. Also es war wirklich so, ähm, ist viral gegangen, also er hatte mit einem YouTube-Kanal angefangen, hat ein paar Videos gemacht, sind komplett viral gegangen, und irgendwann wurde ihm eine Fernsehshow angeboten, und es war irgendwie voll die krasse Zeit, glaube ich, für die Leute in Ägypten, aber auch in der arabischen Welt, das so zu verfolgen, und, äh, wie dieser Typ einfach so mutig ist, und einfach diese Jokes macht, über so Autoritäten, so, das ist sozusagen komplett, äh, komplett neu. Und, ähm, ja, hat er ein paar Jahre gearbeitet, dann kam irgendwann, äh, der ist Sisi, der jetzt immer noch der Machthaber ist, und es hat wohl ein paar Folgen nur gedauert, bis die, bis er so quasi des Landes verwiesen wurde, und der ist dann, ich glaube, in so einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion ein bisschen geflohen. Es gibt dazu auch einen Film, äh, Tickling, Tickling Giants heißt der, glaube ich. Ähm, hab ich damals auch gesehen, erinnere mich aber gar nicht mehr. Guter Titel eigentlich, ja. Ja, genau, das ist auch so das Poster, da sieht man so einen Typen, der dann so den Fuß kitzelt, von so einem Giant. Irgendwie so. Der ist jetzt quasi, äh, kann nicht mehr zurück nach Ägypten, und es, äh, lebt, ja, also in einer Art Exil, also in Los Angeles, was, glaube ich, erstmal nicht nach Exil oder Flucht klingt. Und, ähm, ja, war voll, voll die krasse Erinnerung für mich. Ich hatte auch, ich hatte auch ihn als Profilbild bei Facebook, hab ich dann gesehen, irgendwann so 2012, 2013, hab das, hab ihn komplett vergessen, und, ähm, und, äh, ja, ähm, dann hab ich irgendwann angefangen mit Comedy, Stand-Up, und, äh, und jetzt hab ich so mitbekommen, also, er macht jetzt auch Stand-Up und, und ist auf Tour. Und, äh, war irgendwie krass für mich, weil das auch so zufällig, einfach eine Woche nach meiner Aufzeichnung im Tempodrom, in der kleinen Arena, spielt dieser Typ in demselben Raum. So, und ich bin dann eine Woche später so Publikum dort. Also ich, und, ähm, war für mich irgendwie so eine, wie nennt man das, so Full-Cycle, Full-Cycle-Erfahrung irgendwie, dieser Typ, den ich gefeiert hab, dann hab ich eine Woche davor diese coole Sache, und eine Woche später ist er in demselben Raum. Ich bin Zuschauer, guck mir das an. Kinan hat mega gut geopent, also, weil die Crowd ist auch nicht einfach. Also, ich hatte schon vorher, hab ich mir das so gedacht, und es war wirklich so, das waren halt so, ähm, äh, so krass, so, so gebildeter, so, so eine gebildete arabische Crowd, sag ich mal. Also, es ist halt so, vom Filik war so jeder Arzt oder ITler irgendwie. Es waren alles so, ähm, ja, klingt irgendwie komisch, das so zu sagen, aber du weißt, was ich meine. Also, die haben auch so voll zu Kinan gepasst. Und, äh, aber, okay, wolle er, wolle er, okay? Nee, weißt du, was ich meine? Das waren keine Araber aus Deutschland, sondern das waren alles irgendwie so Expat, das waren so Expat-Araber, die alle irgendwie, äh, ja, so ein, so ein, so ein Background haben. Und, ähm, aber es sind trotzdem noch Araber und die waren dementsprechend, also einfach so ein bisschen, ähm, schwieriger. Also, die waren voll gut drauf. Also, die waren einfach so, die haben mehr Energie. Also, die lachen mehr, sind besser drauf, aber die häkeln auch. Also, die haben am Anfang das ein bisschen schwierig gemacht und haben dann so Sachen reingerufen, wo man sich denkt, yo's, also, wurde jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, lass mal bleiben und es kommt trotzdem was. und, äh, Kina ist damit voll locker umgegangen, es war voll das gute Set und, äh, danach kam, äh, Bassem Youssef raus und, äh, ohne Pause, die Show ging auch lang, aber, ähm, ja, war voll die coole, also, weiß ich nicht, einfach so als Gast da zu sitzen, ich hatte mir so ein Bier mitgenommen und dann konnte ich einfach so eine Comedy-Show einfach mal sehen. Es ist irgendwie cool, in dem Kontext zu sein und so gar keine Anspannung zu spüren, so, ah, krass, ich muss heute nicht arbeiten. Also, ich sitze hier einfach nur. Wie, du hast das Bier mitgenommen? Nicht von zu Hause? Nein, nein, ich habe einfach nur so, das ist so eine Kleinigkeit. Okay, okay. Ich hatte einfach so ein Bier so. Ich dachte, ich gebe das auch plötzlich irgendwie kein Alkohol oder irgendwie so bei so einer Show, ich weiß nicht. Ah, nee, aber was interessant war, das ist, das ist wirklich interessant, weil, ähm, äh, er war auch so ein bisschen dirty auf der Bühne und natürlich wird auch Alkohol verkauft und, äh, das war jetzt gar nicht so islamisch-arabisch, aber, ähm, äh, aber es gab dann so, vielleicht mehrere, aber eine ist mir aufgefallen, äh, so ein Mädel mit Kopftuch, die dann da drin saß und er hatte so ein paar, aufgestanden das? Ja, so, er hatte so ein paar perverse Jokes und es war, also, es ist für mich immer noch ungeklärt, aber es wirkte voll so, die ist so mitten in der Show so aufgestanden und ist dann so raus und Leute haben dann noch, und ist nicht mehr zurückgekommen? Nee, ist nicht mehr zurückgekommen und auch die Art und Weise, wie sie rausgegangen ist, war dann irgendwie, sie hatte so ein Zu... Und auch alleine? Nee, mit ihrem Mann irgendwie. Wow, krass. Aber es wirkte so, als wäre es ihre Idee gewesen. Krass, okay. Ja, dann ist es ja offensichtlich, weil ich habe das Gefühl, gerade auch bei kleineren Shows, wo man alles mitbekommt, äh, dachten wir ab und zu, nachdem wir irgendwie einen Edgy Joe gebracht haben und jemand steht auch, äh, äh, also steht auf aus dem Publikum, dachten wir so, ja, okay, scheiße und dann haben wir es immer wieder kommentiert und dann war, nee, nee, ich bin gleich wieder zurück, ich gehe einfach nur mit mir ein Bier holen oder was auch immer. ja. Aber das scheint ja offensichtlich zu sein. Nee, man, ich finde, man lernt aber auch irgendwann, man wird weniger sensibel, das dann dann so einfach gekonnt zu ignorieren. Aber, ähm, es war trotzdem interessant zu sehen, auch so ein bisschen für mich selber, wie es wirkt, weil, ähm, das Ganze hat Aufmerksamkeit, glaube ich, vor allen Dingen bekommen, weil er einmal richtig deutlich hingeschaut hat. Also ich glaube, wenn du auf der Bühne bist, Performer bist und du das ignorierst, die Leute bleiben bei dir. Aber dadurch, dass er mit seinen Augen hingeguckt hat, waren alle für einen Moment da und das war dann auf einmal so voll im Raum. Aber man konnte auch nicht hingucken. Genau, ich muss schon sagen, es ist von der Größe des Raums, äh, abhängig, weil, ähm, also wenn da nur 50 Leute reinpassen, sagen wir, ja, oder auch sozusagen bis zu, was auch immer, 100, bis 200 oder was auch immer. Und das passiert in der ersten Reihe, dann bekommt es schon viele mit. Also erst recht, wenn zwei Leute gehen, nicht nur mal einer. Also erst recht auch mit Jacken an, weil das ist ein Signal für, ich gehe jetzt weiter als die Bar. Ja, 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 Vor allem sie, sie wirkte nicht so, als würde sie nochmal an die Bar müssen. Ja, genau. Ich hole mir noch einen Drink. Und deswegen gibt es dann das Bedürfnis, im Raum das auch anzusprechen, weil ab und zu ist einfach das Gefühl für die Leute so, oh shit, ist hier gerade jemand einfach aufgestanden und gegangen? Also, so weswegen ist dann das der Fall? Oder irgendwie so. Also alles, was so außergewöhnlich ist, muss man dann fast schon ansprechen, um das so ganz kurz, so diese Falte wegzubügeln und dann wieder weiterzumachen. Ja, ich finde, ich finde, also da war der Effekt jetzt auf jeden Fall nicht jetzt so doll da oder vielleicht auch gar nicht da, aber Comedy, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen edgy ist, hat ja auch immer was von, yo, wir treffen uns hier und labern hier Scheiße und wir sind ja quasi, es ist so eine kleine Verschwörung, die wir miteinander haben, so, wir halten uns hier nicht an gesellschaftliche Regeln, die da draußen gelten und ihr lasst alle los, ihr lacht drüber und wir machen hier so ein bisschen diese dreckige Sache auch so ein bisschen zur Selbstreinigung, ja, also nicht, dass das der Anspruch ist, dass man damit auf die Bühne geht, aber so, ist klar, dass vieles so nicht, also 100 Prozent so gemeint ist und wenn man mit dem Comedian privat reden würde, dann würde das nicht perfekt genauso wieder sagen. Das weiß das Publikum nicht unbedingt, das weiß es erst jetzt so langsam, Leute, die sich damit mehr oder länger beschäftigen, aber eben jetzt zum Beispiel, wie du das gerade, das Pärchen beschrieben hast, da kann ich mir einfach gut vorstellen, die waren so Fans von ihm, von seiner, sagen wir, politischen Sative, Regierungskritik oder so und dann gehen die da hin und dann erzählt er da irgendwie über das Wichsen und dann denke ich so, oh shit, also dafür war ich jetzt nicht hier. das war buchstäblich das, das war irgendwas mit, ja, das war irgendwas mit sich einen runterholen und so und ja, genau, aber ich finde, der Effekt, der dann entsteht, also wir hatten das, glaube ich, auch mal bei unseren Shows eher so mit so PC-Wokey-Leuten, ganz selten, aber was, was glaube ich, was krasses ist, die meisten Leute verstehen ja, wo es herkommt oder wie es gemeint ist, aber wenn man dem zu viel Macht gibt oder diese Leute zu laut sind, dann zerstört das quasi ein bisschen diese Verschwörung, weil dann ist es so wieder, als würde so ein, so eine Art Über-Ich, die Regeln so reinkommen und Leute so schämen so, weil Leute sind so frei, oh krass, hier kann ich das mal, hier kann ich jetzt so meinen Dreck mal rauslassen und über Sachen lachen, die eigentlich nicht witzig sind, also die nicht, die voll traurig sind oder schlimm, aber dann, wenn jemand so, so laut ist und sagt, das war falsch, dann kann es so theoretisch alle anderen verunsichern, oh, war das jetzt doch falsch, ah, habe ich jetzt doch irgendwie, sollte das doch nicht sein und so, die Leute haben es nicht mit sich machen lassen, sie ist aufgestanden, aber tatsächlich, für ein paar Sekunden war die Show schlechter, also es ist sofort, es gibt so kurze Stimmungsabfall, Ablenkung, genau, es gibt eine Ablenkung und so ein bisschen von so, hm, was ist da los? Also das Schlimmste, was jemand aus dem Publikum machen kann, ja, das ist mir auch neulich passiert und das ist, finde ich, wirklich, also, es ist wirklich asozial, weil, da war jemand in einem sehr kleinen Raum, okay, es war einfach quasi Open Mic, also 40 Leute oder so, sehr intime Atmosphäre, okay, und da bekommt man wirklich jeden Furz mit, also quasi, wenn jemand da Popcorn essen würde im Publikum und würde laut schmatzen, dann würden es alle hören, im Endeffekt, zumindest im Setup, nicht während der Lache, aber im Setup auf jeden Fall und ich baue da gerade einen Joke auf und bevor ich die Punchline droppe, okay, ähm, macht das jemand aus dem Publikum? Es war unglaublich, es war wirklich unglaublich, ich konnte es nicht fassen, also es war wirklich so strange, weil es ist auch ein Joke, wo man dann, also quasi schwer davon dann ablenken kann und dann, weil es, es ist so länger aufgebaut quasi und es war so Ach, es basiert wirklich darauf, dass jetzt die Punchline Ja, es war so strange, genau, und dann, also, ist man erstmal damit dann beschäftigt, also man, also ich konnte dann auch nicht einfach so weitermachen, weil es wäre dann auch dem Raum oder Stimmung nicht mehr gemäß, also es wäre nicht mehr, ja, quasi so angemessen, dann wäre ich voller Psyche, wenn ich einfach so danach weitermache, es wäre irgendwie so, als hätte mir jemand so eine Backpfeife gegeben und ich, also mach einfach weiter so, als wäre ich Chris Rock, so auf eine Art und nee, ich musste es dann ansprechen und dann so irgendwie so ein bisschen die Person roasten und all das und danach konnte ich irgendwann weitermachen, aber es muss erstmal dann diesen Moment geben, aber ey, ohne Scheiß, wenn ihr irgendein Joe kennt oder so von mir aus, es macht's nie besser, es macht immer die Show kaputt, wenn man da einfach reinruft, also das ist halt, das hatte ich dann damals auch auf der Bühne gesagt, damals, das war vor einer Woche oder vor zwei, das ist genauso, also als würde man dann irgendwie bei einer Zaubershow sitzen und dann irgendwie diese Tricks verraten, weil man dann schon ein Video dazu gesehen hat, nein, das Publikum möchte verzaubert sein, weißt du, die möchten in der Illusion gerade leben, die möchten nicht hören, wie der Trick funktioniert, du zerstörst es damit, also das Kaninchen, das ist ein anderes Kaninchen, es ist nicht im Hut, es war die ganze Zeit schon im Ärmel, es war die ganze Zeit, ich war schon da, ich war bei einer Show, wo er es mir schon gezeigt hat, aber war das so, dass du dir denkst, die Person muss den Joke gekannt haben? Ja, nein, ich wusste das, nein, ich wusste das, weil sie es, sie hat es gesagt, weil ich hätte gefragt, woher kannst du den, ja, ich habe den da und da gesehen, das ist ein Joke, wie ich den in Berlin noch nie gespielt habe, sondern quasi während der 44 Tour, so vor drei Jahren, wirklich vor drei Jahren, nicht mal vor zwei. Okay, krass. total absurd, total krass, also, im Endeffekt, die Person hat sich dann auch später entschuldigt und all das und das war auch alles in Ordnung, aber ja, ich kann es, ich kann es auch nicht empfehlen. Das macht es ja wirklich schlimmer, das macht es so viel schlimmer, hä, du wusstest es ja, also, ja klar, so muss es auf eine Art gewesen sein, weil man könnte quasi bei so Anführungsstrichen schlechten Comedians, manchmal sind die Punchlines so vorhersehbar, ja, Spoiler-Alarm, dass man so wirklich sich so denkt, so, ja, okay, ich glaube, er wird jetzt das sagen, ah, es ist tatsächlich das, aber, ja. Quasi Spoiler-Alarm, okay, also ich sage jetzt Spoiler-Alarm, weil jetzt kommt ein Spoiler, aber das ist genau so, als würde man jetzt irgendwie Fight Club zum ersten Mal sehen und jemand hat es schon aber in der ersten Woche gesehen, als der Film rausgekommen ist oder so und er so, das ist die gleiche Person. Ja, sofort beendet, der Film ist dann, also dann sofort, also der ist zu Ende, brauchst du hier nicht mehr gucken. Tyler Durden gibt es nicht. Ja. Ja, ja geil, okay, du hast es schon gesehen, also damit zeigst du einfach nur. Er ist echt müde, er ist echt müde, er hat wirklich Schlafprobleme, dann ist irgendwann Tyler Durden erschienen. Genau. Aber auch dann so sinnlose Spoiler, also kurz bevor er die Regeln von Fight Club aufzählt, also jede Regel spoilern, die erste Regel von Fight Club, keiner reden über den Fight Club. Das ist ein dummes Spoiler. Oder irgendwas, was war das nochmal? Die Seifen werden aus Menschenfett gemacht. Ja. Oh Mann, jeden Moment, jeden Moment. Ja, naja, es gibt diese Leute, aber es ist interessant, weil, ja, ey, das passt eigentlich ganz gut, ja, weil Künstler schaffen in dem Raum der Show, also zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, eine Illusion, okay, an der nehmen alle teil und alle kennen ungefähr diese unausgesprochenen Regeln, wie man sich so zu verhalten hat, aber die Technologie quasi, die sich immer weiterentwickelt, die wir immer mehr mit uns tragen, also weil früher war das voll schwer, also quasi als es Beethoven und Mozart gab, die hatten nicht damit zu kämpfen, die hatten nicht so welche Schilder von keine Handys hier erlaubt. Ja, die haben einfach gespielt, weil es gab keine andere Form von Ablenkung, okay, also die mussten sich nicht irgendwas noch ausdenken oder so, aber heutzutage hat jeder einfach ein krass lautes Gerät bei sich so und du kannst die ganze Zeit damit eine Taschenlampe anmachen, kannst die ganze Zeit blenden und kannst die ganze Zeit filmen, also das ist schon krass quasi. Das ist einfach so ein nerviges Schweizer Taschenmesser. Ja, absolut und, fuck, wie heißt der, genau, Finch Asozial oder so, ich glaube, irgendwie so ein Video von ihm ist gerade gegangen oder so, weil der hat ein Handy von einem Fan genommen, ich glaube, irgendwie aus der ersten Reihe und das sind so Dauerfilmer, die filmen nicht nur einen Moment, sagen wir für ihre Story, sondern die filmen die komplette Show oder so und anscheinend ist, das ist ihm schon öfters passiert, deswegen hat er einfach dieses Handy genommen und dann einfach weggeschmissen. Das finde ich schon krass. Das war schon Asozial. Das finde ich schon krass. Das passt. Genau, das passt auf jeden Fall zu seinem Namen und das Krasse ist, also kommen wir zu einem anderen Asozialen, okay, Chris Brown, das ist der amerikanische Finch Asozial quasi. Ja, ey, das ist so krass, sein Name übrigens, weil man muss immer wieder an Rihanna denken, also, oder? Also ich zumindest, ich kann den Namen nicht mehr hören, und ich denke da nicht mehr an irgendwie, ich weiß nicht, wie hieß nochmal sein erster, wie hieß sein erster Hitsch? Aber der ist wieder erfolgreich. Das ist voll krass, also er ist wieder erfolgreich, es läuft wie, weißt du, was ich meine? Ja, aber er war jahrelang, war er glaube ich, war das, das war, also, das war wirklich der nachteiligste Slap, so, das war glaube ich die häusliche Gewalt, kein Mann hat jemals, glaube ich, so sehr unter häuslicher Gewalt gelitten, wie Chris Brown, nachdem er seine Frau geschlagen hat. Ja, er ist das größte Opfer von häuslicher Gewalt. Und, ähm, ja, ähm, ja, weil der, er ist ja bekannt für seine, so krasse Live-Show, der tanzt ja so extrem, also, ey, ohne Scheiß, ich finde, also, es klingt jetzt komisch, aber ich finde, männliche Chris Brown-Fans, peinlich, also, es ist irgendwie eine komische Sache. Ich war es mit 16, ich war es mit 16 mega. Ja, der eine Song war cool, ich habe vergessen, wie der geht, aber dieser eine, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Das war im Club, irgendwie, und dann haben die auch so Dance-Battles gehabt. Genau, genau. Ja, das war sein Durchbruch, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, diesen Typen, diesen, äh, so, gut aussehenden, gut tanzenden Playboy zu fangen, also, ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich, ich weiß nicht, ich finde es nicht komisch. Ja, es ist schon so Frauenmusik. Schon irgendwie, ja. Und, auf jeden Fall, der zieht auch, wie bei den Chippendales, irgendwie mal so eine Frau auf die Bühne, und dann tanzt er mit denen so mega pervers. Der bummst die quasi mit Klamotten an. Also, das ist wirklich absurd zu sehen. Ah, okay. Also, das erinnert mich an, kennst du noch dieses Video von Aiken, wo er irgendwie die Tochter von irgendeinem afrikanischen Präsidenten auf der Bühne so, Nee. Kennst du das? Ja, egal. Ganz andere Geschichte. Okay, egal. Und, der holt dann irgendwie Mädel auf die Bühne, wirklich so wie bei den Chippendales, so wie ich es mir vorstelle, ich war noch nie mehr in der Bella-Chippendales-Show, und, 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 tanzt mit denen so wie so ein Stripper an denen, also wirklich, der bangt die fast, also quasi bloß mit Klamotten an. Wow. Und ein Mädel war auf der Bühne, so irgendwie, der tanzt er die ganze Zeit so, sexy mit ihr oder auf ihr, und sie hat ihr Handy bei, auf der Bühne, und, während er, ähm, an ihr rumtanzt, geht sie an ihr Handy, also quasi, ich glaube, sie wollte den Moment festhalten, aber, das war natürlich für ihn irritierend und wahnsinnig nervig, weil, hey, du bist gerade der Mittelpunkt der Show, du kannst nicht abgelenkt sein. Ja, das ist aber auch so. Und sie wollte den Moment aber festhalten, und dann quasi, also hat er, im letzten Moment des Tanzes, hat er ihr Handy auch gemacht, genommen und weggeschmissen, und dann ist das Licht ausgegangen, und die Musik aus, also quasi, das war schon das Ende vom Song, also er hätte es da gar nicht mehr machen müssen. Ich glaube, er war einfach so genervt. Ja, also, hat es auch einfach weggeschmissen. Ich bin, ich bin dieser Star, das ist einfach etwas, was aktuell passiert, ja. Ja, ich tanze mir hier den Arsch ab, ich mache hier gerade alles, du kannst, ich, 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 ich tanze dich gerade an, das muss ja voll krass sein für dich, ja. Du gehst einfach ans Handy. Ja. Aber, aber weißt du, wie krass ihm Leute verziehen haben im Endeffekt? Mhm. Äh, weil, also wie krass ihm eigentlich die Leute mittlerweile wieder verziehen haben, okay? Ja. Und, äh, ich weiß nicht, was es über Frauen allgemein aussagt, oder sagen wir über die Frauen, die das halt machen. Aber, der macht was ganz Schäbiges, also ich finde es einfach nur eigentlich so, was heißt, also uncool und ein bisschen auch geschmacklos, aber der verkauft so welche teureren Tickets, die dann so 2000 Euro kosten, für so ein Meet and Greet dann am Ende. Ah, das machen echt viele Leute, ja. Ja, und dann gehen diese Bilder viral, wie einfach gehen so Mädels im Arm und dann einfach ein Foto mit denen machen. Und das finde ich aber so absurd, also, dass man dafür bereit ist. mir würde wirklich, also, ich sage es dir absolut, niemand einfallen. Also, jetzt wirklich niemand, also, ja, ich würde, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich glaube, wenn du wirklich reich bist, also, das ist ja auch der Zustand, das sind keine Reichen. Wenn du, ja, wenn du einfach nicht weißt, wohin mit der Kohle, dann ist so 2000 Euro für dich, wie für andere Leute 50. Und dann so, ja, 50 Euro, die mit ihm Fotos machen, das sind einfach so welche, ja, so Rich Kids, die dann so, wo die Eltern so. gespart haben. Nee, also, ich sage es dir, das sieht eher so aus wie, wenn du darauf spart, das wirklich, also, komplett hängen geblieben. Also, es erinnert mich dann so an diesen, was war das nochmal mit dem Tweet, mit so, würdest du eine Million Dollar annehmen oder ein Essen mit Jay-Z? Ja, ich würde das Essen mit Jay-Z nehmen. Ja, Ey, aber denkst ja, Obama macht das auch. Also, diese Meet & Greet Scheiße. Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das alles über ihn aussagt. Obama und Chris Brown. Ja, Obama hat das auch auf jeden Fall gemacht. Das gesamte Buffet. Ja, dass du da wirklich so, also, vielleicht wirklich für noch mehr Geld, aber dann kannst du einfach so Fotos haben mit Obama. Ja, nach, 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 nach irgendwelchen, äh, Reden und so. Also, Obama hat ja hier richtig viel Geld noch verdient, jetzt danach. Diese ganzen Speaker. Wie, das ist einfach so sein Geld dann? Ich denke schon, ja. Also, er wird es ja noch irgendwie versteuern, aber danach ist es so wirklich so. Es ist nicht krass, dass du so den ehemaligen, äh, Präsidenten der USA, dass du den kaufen kannst für ein Foto. Nee, genau, und danach, so, gibst du ihm einfach so 500 Euro und er packt es nicht so in die Tasche, wie so ein Stripper. Ja. Vom Feeling ist es ein bisschen. Du bist der mächtigste Mann der Welt und du bist immer noch abhängig, ich finde sie ja scheiße hier. Ja, crazy. Aber, äh, die bauen sich das ja immer so auf. Es ist ja immer so eine Kritik an den ganzen US-Präsidenten und so, dass die danach teilweise auch irgendwie Politik machen, die vielleicht für einige Firmen von Vorteil sind und dann werden die dann so gebucht, zufällig von den Firmen oder von den Banken. Ich glaube, es war ein Banken auch so. Aber weißt du was? Ich finde, das ist schlau. Ich finde, das ist schlau. Ja, es ist natürlich, ja, schlau für die. Nein, es ist nicht so schlau für die Präsidenten, sondern es ist schlau auch für, nein, doch, es ist auch schlau für das System. Aha. Weil, äh, wenn du das nicht hast, äh, und dann schaffst du so eine extreme Abhängigkeit beim Präsidenten, also quasi wie Putin, der denkt, also der kann, der kann danach nicht tun. Na, innerhalb von Russland schon. Und der klammert sich dann fest an der Macht. Ach so, du meinst jetzt einfach nur, damit du jedem Typen, der anderen Macht ist. du kannst die dann beruhigen. Hey, quasi Obama. Hey, danach kein Zweiter. Es wird sogar geiler. Danach geht's weiter auf Tour. Wir tourten mit dem Boss. Du bekommst 500 Euro zugesteckt für ein Foto. Ist auch geil. Ja. Also ich meine, das kannst du Putin oder irgendwelchen anderen Diktatoren, das kannst du denen nicht erzählen, weil die haben da keinen Ausweg. Das ist halt genauso wie bei Profisport. Du kannst danach Trainer sein. Ah, du kannst in den sportlichen Vorstand wechseln. Du kannst, äh, du kannst auf Sky moderieren. Verstehe. Ja. Ja, raus aus dem Team. Ja, stimmt. Du musst, du bist Mitte 40, komm schon. Also sieh's ein. du kannst, also du hast nicht mehr die Lunge. Ah, okay. Das ist, ähm, also du musst den Leuten eigentlich, die so viel Macht gewohnt sind, du kannst ihnen nicht mehr, du kannst ihnen nicht mehr Macht geben, aber du musst es dann ersetzen mit viel Geld. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so dieses, wie heißt es bei Heroin, wo du diese Ersatzdroge kriegst? Methodol oder was weiß ich? Methadon? Methadon, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Thomas mit M, glaube ich, ähm, dass sie dann so, so ein, so ein entspannten Entzug haben, weil die können nicht mehr viel entscheiden, aber mit Geld kannst du dir auch voll viel Macht kaufen, dann so, ey, guck mal, du hast davor echt nur so wenig verdient, ja, das ist, aber du konntest so viel, du konntest so, du konntest dich dann so jeden, jeden Montag Mittag mit so Leuten treffen, in irgendeinem kleinen Bunker und so entscheiden, wer, 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 wer so einen Drohnenangriff abkriegt, so die Zeiten sind weg, aber, jetzt gibt's irgendwie 50.000, Dollar für jeden Auftritt. Ja. Du bist auf Tour. Du bist auf Tour. Ja. Naja, ja, aber, ja, klar, also die, die Kritik ist ja natürlich immer, dass sie dann so, schon während sie da sind, an ihre Tour denken, diese Drohnenangriffe, planen sie schon ihre Tourtermine. Ja, die Tour muss sich gut verkaufen. apropos Tour, apropos Tour, weil ich bin dieses Jahr auf Tour, meine Tour heißt Inde Club und fast alle Termine sind ausverkauft, außer München, da startet die Tour, am 2.4. holt ich da die Tickets, es wird mega nice und ich habe auch noch Zusatzshows in Hamburg am 23.9. und in Mainz am 13. Dezember, das ist noch länger hin, aber holt euch die Tickets am besten jetzt und da sind auch schon echt gut viele Tickets weg, deswegen seid da schnell. Better safe than sorry. Ja, genau, die Tickets gibt es hier in den Podcast-Lotizen oder auf danielwolfson.de oder auch in meiner Instagram-Bio. Korrekt, korrekt. Ja, wir hatten selten so eine gute Überleitung zu touren. Ja. Wir haben selten über eine fremde Tour gesprochen. Ja, eigentlich, ich weiß nicht, wollen wir noch langsam abwrapen. Also eine Sache, ich weiß nicht, also ich weiß, dass du da auch bist, ja, du bist ja auch bei einer Online-Bank, okay? Nicht ausschließlich, aber wir haben mehrere Konten, okay? Und, äh, aber es ist voll krass, aber es ist so, aber es ist, ey, es ist so crazy, weil, äh, also es hat mich auch echt ein bisschen Überwindung gekostet, also irgendwie mich bei so einer Online-Bank anzumelden, weil ich brauche jemanden physisch da, also wenn es irgendwie, wenn alles schiefläuft, wenn es brennt. Dann brauche ich dieses Gefühl, ja, so wie so ein Rentner, hey, ich kann da hingehen und ich habe ein Gesicht zu meinem Konto, im Moment, also jemand ist verantwortlich, äh, jemand muss sich irgendwie entschuldigen, kann mich aufklären und all das. Das schreckt einen ja auch immer so ab bei diesen ganz, ganz neuen Online-Banken, wo es wirklich so, ey, hier geht, also das ist ja einfach nur so eine coole App, aber wer ist da? Genau. Keine Ahnung. Ja, und du rufst da an und merkst im Kundenservice, so, die chillen gerade zu Hause mit einem Headset, weil die haben alle eine andere Hintergrundkulisse, also Kreuzkulisse, weißt du? Ja, ja. Die haben gar keine. Und da merkst du, die sind einfach gerade nicht in einem Callcenter, sondern die sind wahrscheinlich gerade in Boxershorts und du hast dieses krasse Geldproblem und die können dir nicht weiterhelfen. Aber auf jeden Fall, ich finde es so krass, weil irgendwie, ich kam da nicht in mein Online-Banking rein und man fühlt sich wirklich wie so ein Kind. Also man hat da so irgendwie Geld abgelegt und man kommt nicht an sein eigenes Geld ran und kann nicht irgendwie was buchen. Das ist so, also man fühlt sich wirklich so, als würde man, also an den Ja, ich hatte keine Ahnung, also irgendwie, was auch immer, die, ich weiß nicht, mein Anmeldename war anders oder ich hab den vergessen oder irgendwie sowas Dummes dann. Okay, ja. Und die haben dann aber auch wirklich nicht so guten Service, muss ich mir mal wirklich sagen. Also ich finde, es ist echt eher riskant. Also es ist nervig, das ist genau nicht so wie dieses ganze System, dieses ältere, wo sich auch noch Rentner wohlfühlen, das abzuschließen. Das hat einen Vorteil, weil das ist sogar so gemacht, dass es noch Rentner verstehen. Aber nehmen wir an, also ich würde das jetzt irgendwie, also für einen Rentner abschließen, dieses Online-Konto, die werden gefickt. Ja, ja. Naja, wirklich jetzt. Also dann rufst du an, dann so telefonierst mit so einem Roboter, dann ja, um da weiterzukommen, drücke die drei. Die haben schon längst vergessen, was die ersten zwei Optionen waren. Die haben sogar, die haben vergessen, warum sie anrufen. Ja, die haben vergessen, warum sie anrufen. Irgendwie so, rede ich hier gerade mit meinem Enkel? Wer ist da? Ja, und ich finde es zwar krass, ich habe so ein akutes Geldproblem, ja, so das Geld, was ich habe, das liegt bei euch und da muss ich so zehn Minuten lang in so einer Warteschleife warten. So irgendwie, also man fühlt sich verarscht. Ja, keine Ahnung. Ja, es ist aber auch ein bisschen dieses Gefühl, dass du dich dann irgendwann bekommen hast, so jetzt gerade mit Ukraine-Krieg und Inflation und irgendwie die Welt wird immer unbeständiger, alte Gewissheiten sind nicht mehr so da, weil es war ja vor ein paar Jahren unvorstellbar, dass man auch so Waren nicht sofort kriegt, dass alles nicht perfekt klappt, dass es so Lieferkettenprobleme gibt wegen einer Pandemie und all dem, dass man dann irgendwann so ein bisschen wieder zurückkommt zu diesen alten Tugenden, dass man so Sachen sicher und normal haben will und nicht so, ja, das brauchen wir eigentlich nicht, das kann alles weg, ja, keine Filiale brauchen wir nicht, brauchen keine Menschen, also das ist ja alles, auch, also es ist ja alles, es gibt ja auch diese Einlagensicherung, ja, diese EU, ja, hier ist immer alles einlagengesichert, aber ich glaube, wir hatten auch mal so ein Gespräch, wo du auch meintest, ja, ich habe irgendwie das Gefühl so, bei der Sparkasse ist es nochmal mehr gesichert, irgendwie so, also, wo man wirklich so dieses Gefühl kriegt, ey, wenn wirklich so ein kleiner Untergang passiert, ich glaube, die würden diese Hipster-App-Banken eher so fallen lassen, weil so viel weniger Menschen davon betroffen sind, keiner von denen wählt eh, so, und die ganzen Rentner sind bei der Sparkasse, so, ja, die sind abgesichert, so, macht euch um, euch keine Sorgen, also, irgendwie, ja, keine Ahnung, dieses Gefühl einfach. Ja, genau, und es gibt ja auch irgendwie aktuell so tausende von neuen, komischen Finanzprodukten, okay, und die werden dann so beworben, ähm, keine Ahnung, hier hilfst du mit diesem Fonds und dem und dem oder diese Kryptoscheiß oder all das, und das sind irgendwie neue Geschäftsmodelle und irgendwie muss man die erstmal so ein paar Jahre lang einfach erstmal machen lassen und wirken lassen, bevor man irgendwie weiß, was das ist, weil bis dahin ist das einfach nur das Versprechen und eben bei so welchen alten Systemen, die sich bewährt haben, die sind schon sozusagen durch den Test der Zeit gelaufen, weißt du, also, und deswegen kann man dann da auch mehr vertrauen, aber, ja, genau, also, ja, Online-Banking ist schon was anderes. Ich finde auch immer so dieser komische Geiz teilweise, ähm, ja, irgendwie rechnet sich das nicht, wo Leute dann so zu sehr drauf achten, mein Girokonto muss null Euro kosten und bei der einen Bank kostet es so acht Euro im Monat, das geht gar nicht. Ich denke, ja, aber komm, also, für was gibt man sonst Geld aus, wenn es dann bequem ist und du hast dann eine Filiale und du hast da irgendeinen Typen, ich war ja auch schon, ey, wie oft habe ich irgendwie meinen Pin wieder vergessen, ja, und wusste nicht mehr genau und musste irgendwie dann doch zu einer Filiale. So, das ist es mir wert, dass mein Girokonto so ein paar Euro im Monat kostet. Ja, ich finde nirgendwo schaut man so streng aufs Geld, äh, wenn man so kurz davor ist, irgendwie eine App zu kaufen oder so, so, was, das kostet vier Euro? Wollt ihr mich verarschen? Ja, oder mal Versandkosten auch. So, hä, Versandkosten? Ja, Versandkosten auch, ja, das ist Volksverarsche. Ja, man kauft irgendwie was so für 300 Euro und sieht so 8 Euro Versandkosten. Ja, das geht gar nicht. Warum kostet das nicht 308 Euro Versandkosten gratis? geil. Genau, ja, das ist, witzigerweise, es gibt ja dazu Memes, also, es geht voll viel und so, ey, aber, ja, naja. Ja, okay, keine Ahnung, wollen wir, wollen wir uprappen? Wir können, wir können uprappen, schaut euch alle Links an, in den Shownotes findet ihr das, zu Daniels Tour, zu unseren, ähm, allem anderen, ähm, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und, yes, das war die Folge. bewerte den Podcast, äh, 5 Sterne, überall, dies, das, und, äh, genau, wir sehen uns auf Tour und, äh, hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Haut rein, ciao, ciao.